WELING 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 ihm den Ball ab. Tyson kommt jetzt. 25 Meter bis zum Tor. Legt den Schlau ab auf Gutschlü, aber Gutschlü nimmt den nicht sauber an. Freistoß von FSV und damit könnte man mit dieser Stelle-Situation vielleicht mal was geben. Ball ist auch schon wieder im Spiel. Butagrit auf Valerje. Valerje auch von Schrötter. Läuft aber dran vorbei. Hermes nimmt diesen Ball noch auf. Hermes bringt den jetzt auch vielleicht rein, aber der geht ins Tor aus. Goba überlegt sich, wo er den Ball hinwerfen möchte. Er hat jetzt mit Gutschlü einen Abnehmer gefunden. Wehling. Wehling. Schlägt den Haken. Zurück auf Goba. Goba hat sehr viel Raum. Die Ball jetzt flach rein. Und das ist Tyson und das 1-0 für Steinbach-Heiger. Gutschlü läuft jetzt aus Bild an, deswegen muss der Ball loswerden. Sowohl Müller als auch Weigl wären da von Butagrit gewesen, aber Butagrit hat den Ball jetzt und der steht nicht im Abseits. Butagrit an Weigl vorbei. Das ist ein Halten und das ist ein Freistoß. Und das ist mindestens eine gelbe Karte. Jawohl. Weigl sieht gelb in der 25. Spielminute. Und die Schiffschuh und Butagrit stehen hier bereit, um aufs Tor zu schießen. Und die Schiffschuh läuft an, trifft den Ball, aber rechts oben drüber. Links hat Singer Raum, der kickt den Ball jetzt auch. Singer in die Mitte auf Gutschlü. Tyson hat den Ball, Tyson zum zweiten. Ausbild hat den Gutschlü kann nachsetzen, aber Weismann ist dazwischen. Es gibt Ecke. FSV mit Weismann und die Schiffschuh. Jetzt auch am zweiten vorbei und die Schiffschuh. Kannst 25 Meter schießen, schießt auch links unten dran vorbei. Ball kommt rein. Da hat Gutschlü ihn, Gutschlü trifft zum 2 zu 0. Miotke hatte den Ball da in der Mitte festgemacht und vorgelegt. Ballerjee, Emmerling bringt ihn jetzt rein auf den zweiten Pfosten. Da steht Unlujcivci, kriegt ihn auch noch vor der Torauslinie. Von Schröter kann er schießen. Schießt auch aber nur auf Schulze, Kürkelsum. Von Schröter bekommt diesen Ball und schlägt ihn sofort auf Butagrit. Butagrit jetzt gegen Weigelt. Butagrit jetzt gleich in der Box. Butagrit schlägt noch einen Hangen und noch einen Hangen und schießt dann auf Schulze, Kürkelsum. Nachschwister ist jetzt rum, aber Wehling ist nochmal rechts neben der Box. Letzte Situation des ersten Durchgangs. Wehling bringt ihn auf seinen Bruder, aber sein Bruder tritt über den Ball und damit ist die erste Halbzeit vorbei. Damit ist das Spiel eröffnet. Wehling hat zu dem Ball angestoßen und das Spiel geht wieder los mit Gutschlü verfolgt von Delvecchio. Beide ehemalige Schott-Mainz-Spieler. Singer bringt ihn rein am ersten Pfosten. Von Schröter kann ihn klären und der Nachschuss von Wehling geht übers Tor. Und der Ball kommt rein auf Delvecchio. Delvecchio nimmt ihn an und schießt drüber. Und der versucht den schnell und weit zu machen. Kriegt er auch hin auf Butagrit. Butagrit jetzt in der Box. An Wehling vorbei. Butagrit schießt. Der wird nochmal abgefälscht und dann geht er ins Tor aus. Es gibt Ecke für den FSV Frankfurt. Hermes jetzt gegen zwei. Und der Schiffschi kommt dazu. Jetzt geht er mal auf Hermes. Hermes wird gefoult und es gibt Elfmeter für den FSV Frankfurt. Elid Schiffschi gegen Schulze-Kökelsum. Schütze läuft an und verjagt das Ding über den Kasten. Links da beißt man sehr viel Raum, aber Schlags entscheidet sich den Ball direkt auf der Wehling zu bringen und der Wehling jagt das Ding drei Meter über den Kasten. Bordermann in zwei Mauer gestellt. Meier bringt ihn rein. Boadus bringt ihn raus. Schlags hoch. Müller zurück. Jetzt geht er mal wieder links raus. Abseits-Situation von den Steinbachern. Delbecchio und Schlags im Zusammenspiel. Sanomir bekommt den Ball. Richtung Boadus. Boadus versucht ihn in die Mitte zu legen. FSV reklamiert Handspiel. gibt den Ball am Wehling ab. Wehling bringt ihn in die Mitte. Und dann hat hier mal ein ganz leichtes Spiel und zwar Heiderei. Ostbild kann sich jetzt hier nochmal auszeichnen in seinem Torhüterspiel. Und dann ist auch Schluss. Schützrichter Mark Heiker beendet dieses Spiel. dass Steinbach erfolgreich wenden konnte und 3 zu 0 hier am Bornheimer Hang gewann. Und das auch in der Höhe. In Ordnung.